Kochen, genießen, leben. Darum dreht sich dieses Jahr alles auf der Living Kitchen in Köln. Das internationale Küchen-Event auf der IAMN Cologne bietet interessierten Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Küchentrends kennenzulernen. Die weltweit wichtigste Messe für die gesamte Küche richtet sich an die Fachwelt genauso wie an die Endverbraucher. Auch Blanco als Spezialist für hochwertige Spülen, Armaturen, Arbeitsplatten und Abfallorganisationssysteme ist natürlich wieder mit dabei. Und feiert Geburtstag. Seit 90 Jahren entwickelt und produziert das Traditionsunternehmen Premium-Produkte rund ums Thema Wasser in der Küche. Unsere Entwickler arbeiten jährlich daran, die Produkte in einem neuen Design, in der neuen Qualität immer weiter zu verbessern. Diese Qualität dokumentieren wir hier auf der Messe in einem Leerpfad, in dem man die Pflegeleichtigkeit, die Widerstandsfestigkeit, die Kratzfestigkeit von unseren Produkten live erleben kann. Unter dem Motto Story of Quality demonstriert Blanco die ständige Weiterentwicklung seiner hochwertigen Produkte. Wie zum Beispiel Blanco Durinox, besonders gehärtete Edelstahlarbeitsplatten aus der Manufaktur Blanco Steel Art. Eine weitere bedeutende Innovation diesmal die Weiterentwicklung der Spülenserie Silgranit Pura Dur. Blanco ist es gelungen, das langlebige Material noch weiter zu verbessern. Noch pflegeleichter, noch widerstandsfähiger und dennoch eine äußerst angenehme Haptik. Nicht umsonst ist Blanco bei Granitspülen Marktführer. Auch bei den Armaturen haben wir wieder ein Feuerwerk von Neuheiten. Wir haben uns orientiert an den internationalen Märkten, an den Gewohnheiten und Bedarfen der Kunden dort. Die positive Reaktion der Kunden zeigt, dass wir mit unseren Konzepten und Produkten wohl wieder richtig liegen. Besucher aus aller Welt sind fasziniert von den Materialinnovationen und preisgekrönten Designs. Also ich finde den Blanco-Messestand wie immer auf der Kölner Messe sehr innovativ. Die Neuheiten sind sehr beeindruckend und sehr klar vom ganzen Design. Also einfach super. Der Blanco-Stand ist absolut schön. Er ist zeitgemäß, modern, wirkt sehr europäisch für mich natürlich als Amerikaner. Es ist aufregend, die neuen Produkte zu sehen im Vergleich zu dem, was bei uns verkauft wird. Ich hoffe, einiges davon wird den Sprung über den großen Teil schaffen und bald auch in Amerika zu sehen sein. Die Werte Qualitätsorientierung, Präzision und Zuverlässigkeit haben bei Blanco Tradition. Mit dieser Tradition und permanenter Innovation arbeitet das Unternehmen auch in Zukunft daran, seine Kunden und Partner zu begeistern und die Story of Quality weiterzuschreiben.